herzlich willkommen zu topf täglich nummer 70 was lange nicht mehr gab und was vor allem nicht täglich war wird endlich wieder gut es gibt wieder ein topf täglich zumindest für heute und wenn die kamera irgendwann mal aktiv wird da ist sie schon dann sieht man mich auch dass so ein bisschen das problem mit dem ich noch zu kämpfen habe dass hier die sachen nicht aufgewärmt sind wenn ich umschalte aber das werde ich hoffentlich schaffen ja was ich hier machen will ist mal wieder back to the roots zu gehen und ein bisschen diese reihe noch ein bisschen fortzusetzen es gab ja ein bisschen nachfrage danach also von zwei leuten und will hingehen und schauen ob ich das eben so etwas weniger aufwendig produziert dann auch hinbekomme das macht im zweifel auch nicht so viel sinn es macht zwar spaß aber es dauert halt ewig lang und 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 es ist vor allem dann nicht täglich wenn man das so macht deswegen will ich mal hingehen und schauen ob ich das wieder so einfach mit einer aufnahme machen kann und das dann einfach auf youtube hochlade auch ohne schneiden und pipapo alles direkt mit der entsprechenden software in dieser folge will ich nur kurz mal sagen was ich gerade noch so mache was ich plane und was ich gerade auch benutze eine sache die ich nämlich jetzt besorgt habe das ist dieses schöne ding hier das hier sieht man das das ist ein bisschen schwierig jetzt hier mit diesem gerät aber das ein black magic wie heißt sie nochmal genau intensity extreme thunderbolt thunderbolt ist da und was das ganze ist es ist eine capture card das heißt da kommt hier hdmi rein und wir haben ja auch noch so ein ganzes bündel von zeugs da mit audio und composite und so weiter in und das kann man im prinzip hier so hier so dran packen das ist nicht unpraktisch und dann kann man hier mit full hd mit 30 frames per second live streaming machen das hatte ich zwar alles schon mal ausgerüstet damals als ich noch live streaming ein bisschen mehr gemacht habe damals hatte ich allerdings firewire kameras und noch ein laptop der firewire konnte das allerdings ist natürlich heutzutage nicht mehr so ganz der fall oder nicht mehr ganz so state of the art und full hd und so gab es natürlich damals auch noch nicht das heißt jetzt ein bisschen upgraden alles ich habe ja auch beim video camp vor zwei wochen war es glaube ich eine session gehalten zusammen mit michael pretorius der auch eben so ein ding hier sein eigen nennt und auch noch dieses television studio dazu hat das kann ich direkt mal zeigen jetzt wo ich das hier alles aufgebaut habe so hier sieht man übrigens noch die software dazu komme ich mit der ich streame beziehungsweise mit der ich aufnehme dazu komme ich gleich noch zu die haben nicht allerlei schöne sachen hier wie man hier sieht wenn man auf produkte geht der hat nämlich noch das also man kann natürlich so nicht noch heben das wäre auch nicht schlecht aber es ist ein bisschen teuer hier und zwar das atem television studio kostet halt doch 1000 aber ich meine für ein fernsehstudio recht günstig ist halt so eine leiste kann man wie man hier sieht verschiedenste verschiedenste hdmi anschlüsse antun hat oder sdi für die profis also das ist ganz nett das zu machen und damit kann man dann noch umschalten wie man hier auf dem screen sieht oder hier gibt es glaube ich auch noch ein bild davon oder bei vier war es oder so jetzt sind die models bei drei vielleicht so hier sieht man es genau hat man auch noch so eine art control panel mit dem man das ganze dann bedienen kann das ist eigentlich gar nicht unpraktisch allerdings werde ich das jetzt mal nicht holen weil ich es im moment noch nicht so sehr brauche wenn man natürlich mit drei vier kameras oder so arbeitet und noch diversen einspieler und so dann macht das sicherlich sinn wie man hier sieht haben wir noch diverse transitions und pipapo also das glaube ich ganz nett was ich aber im moment nutze habt schon gesehen eben das ist nämlich wo habe ich sie ja das kommt noch mal weg hier zugemacht hier obsproject.net und das muss auch das ist eigentlich für spiele gedacht und ich nutze es auch für spiele daheim und das ist eine software die im prinzip so was wie xsplit ist wer das kennt oder wirecast nicht ganz so ausgereiht vielleicht vor allem wie wirecast aber was es im prinzip erlaubt wie man hier sieht ist ich kann meinen desktop streamen relativ gut sogar weil das ganze ist ja auf spiele ausgelegt und der vorteil ist natürlich bei spielen oder der das problem bei spielen ist dass natürlich da ist wirklich auf details ankommt und da will man natürlich auch in 1080p also full hd streamen und vielleicht sogar noch mit 60 frames per second und das ding schafft das hier im prinzip das kann man halt mit einem desktop capture machen oder monitor capture man kann auch einzelne fenster capture man kann sich hier so zähnen wenn man hier schaut kann sich hier so zähnen hier ist jetzt nur eine source drin aber ich könnte zum beispiel jetzt noch hier meine kamera wieder dazu nehmen hier ich habe jetzt globale source reingetan kann ich hier nennen so jetzt kann ich hier edit sagen kann das ganze noch klein machen und irgendwie hier in die ecke hängen so ungefähr und so kann man das machen man kann sogar hingehen und bei dieser sache hier auch noch verstürzt jetzt nicht ab das ist ja so ein bisschen eine gefahr jetzt dabei man kann zum beispiel noch chroma keying machen dann sieht man halt hier werden halt sachen rausgenommen wenn ich also jetzt einen grünen hintergrund hätte könnte ich mich hier noch komplett vor das bild setzen was vielleicht auch nicht schlecht muss natürlich entsprechend ausgeblendet ausgeleuchtet werden und so weiter und kann jetzt hier noch ein bisschen das hochsetzen das immer mehr ausgeblendet wird und dann sieht das ganz toll tollstens aus so das machen wir mal nicht so und das machen wir wieder weg weil ich das gerade nicht wollte so also das heißt obs ist eigentlich ganz nett vor allem was bei chemtrails kann man ja ähnliches machen auf mac nur hier unter windows mit dem ding hat man den vorteil dass man auch wenn das fenster nicht aktiv ist man hier mit hotkeys noch zwischen den einzelnen zählen umschalten kann das ist halt sehr praktisch weil meist ist das ding eben nicht aktiv mit chemtrails geht das vielleicht irgendwie mit irgendwelchen tricks dann auch aber halt eben nicht so praktisch eine andere gute sache ist dass dieses ding hier wenn man hier mal auf settings geht glaube ich jetzt nichts schlimmes drin was man hier zeigen könnte hier nehme ich gerade auf ich kann aber auch hingehen und live stream direkt einschalten und kann dann direkt zum beispiel auch twitch tv oder justin tv und so weiter streamen das ist sehr praktisch das heißt an sich ist hier alles wunderbar eingebaut ist es recht performant und ist eigentlich ein sehr praktisches tool wenn man auch nur aufnehmen will wie ich das jetzt hier machen will das einzige was ich machen muss ist dass ich mein lower third und so ein kram noch mal in auch in 1080p irgendwie erstellen müsste obwohl ich eigentlich dachte dass ich das mal gemacht habe vielleicht muss ich nur finden ja also das wie gesagt ist ob es ob es project.com ist auch recht aktiv wer das mal also hier 8 mai ist die letzte version wer sich das mal anschauen will ist open source also auch kostenfrei einzusetzen und ist das tool meiner wahl jetzt für so sachen es hatte keine übergänge und so das muss man sehen aber ich meine das brauche ich jetzt nicht so ganz dringend unbedingt ja also das dazu dann vielleicht noch was ich so alles noch demnächst oder jetzt mache und machen will und zwar will ich mir ein bisschen mehr bloggen und zwar ein bisschen mehr im bereich technik auch weil ich mich da ja doch ein bisschen mit beschäftige und da kann man das natürlich auch mal aufschreiben eine sache die ich hier gemacht habe das kann ich gerade noch mal zeigen ist hier ein tumblr eingerichtet habe ich mal für comlounge also was ja meine firma ist oder unter anderem meine und da packe ich im prinzip so ein paar links rein kommentiere die ein bisschen versuche auch mehrere links am tag da rein zu packen mal sehen wie lange ich das jetzt durchhalte es heißt auch glaube ich comlounge täglich hier ist es einfacher zu ändern wenn ich mal denke es klappt nicht mehr so mache ich halt comlounge jährlich oder so drauf mal schauen ich hatte auch schon mal einen blog eingerichtet das gibt es auch schon ein bisschen länger mit wordpress aber wordpress ist halt immer so ein bisschen groß das ist mein problem wenn man halt sagen wir schnell was machen will ist wordpress immer ein bisschen zu 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 viel eckt es ist auch nicht so von der usability her toll da scrollt dann mal die edit leiste oben raus da muss man wieder oder drei scrollbars die man irgendwie dann wieder bedienen muss also richtig toll und praktisch ist das alles nicht das heißt tumblr ist da schon was besser und was ich mir jetzt noch wünschen werde ist so mittelding oder dass man was einfach machen kann aber wenn man es was mehr schreiben will dass man das dann auch einfach hinkriegt und vielleicht noch ein paar plugins und so weiter einbauen kann und da überlege ich ob ich jetzt auch noch ein bisschen was schreibe aber natürlich habe ich so viele ideen was ich mal alles machen könnte dass ich dazu wahrscheinlich nicht kommen werde aber ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm aber tumblr tut es jetzt erstmal ich glaube besser als das hier aber für alle fälle wer interessiert ist an technik und so weiter wie gesagt hier ist jetzt ein bisschen unix hier wird es wahrscheinlich nicht ganz so technisch nehme ich mal an das werde ich wahrscheinlich eher auf den tumblr packen und hier werde ich jetzt eher so generelle sachen vielleicht reinpacken mal gucken also was wir hier drin haben ist zum beispiel noch tutorial gemeine grenzen wie man halt aus dem shapefile man die auf einer osm karte darstellt ich hoffe das beispiel gibt es auch noch hier komplettes demo mal gucken ob das geht und es geht noch so also so was wäre halt drin als beispiel über open nrw genau da gibt es jetzt auch die doku muss ich auch noch einpacken also all solche sachen will ich jetzt jemand machen wer also interessiert ist comlaunch.tumblr.com das werde ich auch noch mal eine andere domain drauf packen glaube ich und blog.com launch.net sind im prinzip die adressen wobei ich das hier nochmal verlinken sollte so dann ist jetzt freitag und am wochenende geht es nach düren das ist jetzt nicht ganz so weit zumindest nur halb so weit wie nach köln und jetzt weiß zum beispiel gar nicht welche szene gerade aktiv ist ich war aktiv sieht man mal dass das problem wenn man nur ein monitor hat dann sieht man nämlich nicht was man gerade sendet deswegen mache ich das ganze noch mal und zeig euch mach jetzt nicht die aufnahme noch mal sondern zeig jetzt einfach noch mal was ihr hier hättet sehen können also das wäre jetzt der tumblr hier und wie gesagt comlaunch.tumblr.com und im blog wie sagt hier ein bisschen technisch und hier noch meine session auch zum live stream wer die noch mal anschauen will mit michael zusammen blog.com launch.net und danke an der knopf noch der das aufgenommen hat und auf youtube gestellt hat hier ist dann auch noch dieses tutorial zu den gemeindegrenzen wie man die aus hier den daten des innenministeriums im prinzip auf einer open street map darstellt und das demo will ich auch noch mal zeigen so da ist das demo auch noch so jetzt habt ihr alles gesehen würde ich jetzt in perfektionistischer weise wieder alles neu zusammenschneiden oder noch mal neu beginnen mache ich aber jetzt nicht sondern lass das einfach so gut und das müsste ich mir mal irgendwie ja zweiter monitor wäre nicht schlecht so dann düren da war ich dran hier gibt es nämlich ein barcamp in düren und ich lasse es mal jetzt auf dieser ansicht hier und da fahre ich hin das ist morgen und übermorgen das einzige problem ist dass es irgendwie alles mal so früh anfängt ist jetzt kein dürener problem das scheint so immer der fall zu sein dass irgendwie barcamps immer so irgendwie viel zu früh anfangen hier zum beispiel session planung 9 uhr ich frage mich warum man das nicht um 11 uhr machen kann und dann irgendwie bis 20 oder 19 uhr oder von 12 bis 20 uhr müsst ihr eigentlich auch tun mag vielleicht auch mit den öffnungszeiten hier zusammenhängen weiß ich nicht aber so generell ist es ja wie gesagt nicht nur hier das problem sondern auch normal bei bei barcamps vielleicht nicht ganz so früh wie hier aber ja deswegen werde ich wahrscheinlich auch erst hier irgendwann im laufe des vormittags eintreffen weil ich irgendwie keine lust habe auch am samstag immer so früh aufzustehen so dann haben wir noch was anderes wie sagt hier kann man sich auch noch anmelden url ist barcamptools.eu bcdn und dann gibt es noch den open data hack day auch auf barcamptools.eu er ist übrigens von mir entwickelt wer das interessiert barcamp zur barcamp organisation ist jetzt noch in beta und da fehlen sicherlich noch diverse features die so langsam danach reichen aber wer sagen wir mal für barcamps irgendwas haben will womit er die organisieren kann wie zum beispiel hier in session vorschläge kann man hier direkt bewerten auch zum beispiel mein eine session ich kann die gerade nicht bewerten weil ich jetzt gerade nicht eingeloggt bin finde ich natürlich super hier und kann das natürlich auch noch entsprechend sortieren und teilnehmerplanung gibt es direkt automatisch und geplant ist ja nicht so viel da müsste ich auch nochmal gucken warum das gerade nicht geht aber auf jeden fall wie gesagt die sachen sind alle drin und wo wollte ich jetzt sagen genau dann open data hack day wollte ich jetzt eigentlich nur ankündigen ist am 22 6 und wer also in der nähe von aachen ist und vielleicht irgendwas hacken will im bereich open data oder ähnliches der ist hier gern willkommen ich mache das zwar auch hier von 9 bis 10 uhr aber im prinzip ist mir relativ egal wann leute kommen die können auch um 17 uhr kommen wir können auch gerne länger machen wie gesagt das hängt immer ganz davon ab wie jetzt da die sache ist es ist auch keine session planung ja dabei sondern wir machen einfach das wozu wir da lust haben es gibt auch noch den open data day am vortag wen das interessiert das ist mehr so ein verwaltungsding das wird da muss ich auch nochmal umbauen hier da gibt es zum beispiel noch open data day aachen.de das beginnt um 18 uhr 5 ich weiß nicht warum eigentlich 18 uhr 5 aber gut und ja es gibt halt vorträge interviews und irgendwelche podiums diskussionen also jetzt vielleicht nicht ganz so spannend aber es halt auch mehr für die verwaltung gedacht die vielleicht da so ein bisschen angefixt werden soll was man denn damit machen kann also julia kläuber von der open note foundation kommt marian steinbach von offenes köln.de kommt also das sollte schon mal ganz gut sein die sollte hier den hatte ich schon mal letztes mal vorgeschlagen letztes jahr aber da war es gerade zu zeiten der republika und da ist natürlich immer schlecht wenn man da leute einlädt gut und wie gesagt am samstag 22.06.09.18 uhr open data hack day bei uns in der firma wer kommen mag ist herzlich eingeladen anmeldung wäre nicht schlecht so ich glaube das war es auch schon ich weiß auch gar nicht ob der mir anzeigt dieser open broadcaster hier wie lange ich jetzt eigentlich schon dran bin doch das tut er 15 minuten das ist ja ganz gut dann kann ich mal wieder auf die cam schalten hier so ja das hoffe ich klappt auch ich werde das gleich auf youtube hochladen ich habe das schon mal testweise gemacht und das sah eigentlich auch okay aus glaube ich wenn ich das hier einmal angucken kann hier ist so ein test zum beispiel noch den habe ich erstmal noch privat gemacht aber auf jeden fall jetzt nicht nur den abspielen hier so aber das scheint funktioniert zu haben hier so im prinzip erzähle ich dasselbe nur nicht so lang so und ich habe es mal wieder nicht gezeigt weil ich natürlich mich hier drauf hatte aber das macht jetzt nichts ihr seht das ja auf youtube eh und dann seht ihr ja wie gut das ist und ich werde zusehen dass ich monitor mehr beschaffe hier noch den habe ich zwar da stehen aber mir fehlt gerade ein Adapter von diesem iMac auf HDMI und das ist natürlich doof so aber wie auch immer das sind so meine Sachen die ich gerade mache achso eine Sache wollte ich noch anzeigen hier dann gehen wir doch nochmal auf den Desktop hier nämlich Herr Topf wer noch irgendwas twitch.tv twitch.tv slash Herr Topf wer an Gaming interessiert ist da spiele ich so ein bisschen rum und E-Housekeeping war das nicht aber was ich halt mache ist Werbung na gut das schauen wir jetzt nicht an gut also wie gesagt alles für Gaming was ich auch mit OBS mache das gibt es da auch und jetzt werde ich das hochladen und werde dann nach Hause gehen und ja vielen Dank schon mal fürs zuschauen falls euch gefällt natürlich gerne abonnieren gerne weitersagen und ja ich hoffe dass ich das jetzt ein bisschen öfter wieder mache das scheint jetzt nicht ganz so der Akt zu sein gut dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende vielleicht sieht man sich ja in Düren oder sonst wo oder in einem Livestream achso eine Sache noch Livestream wollte ich nochmal sagen eine Sache die ich noch plane ist nämlich ein Let's Code auch als Livestream also das heißt Live Coding ich habe das mal gemacht auf Twitch.tv da habe ich Eve die Eve API angezapft also Eve Online ist ja ein Spiel und die haben auch eine API die man nutzen kann beziehungsweise die Daten es gibt so einen Datendump mit all den Sachen die im Spiel drin sind die in denen man nutzen kann und das habe ich da ein bisschen bearbeitet da hatte ich immerhin glaube ich so weiß ich fünf bis zehn Leute die zuguckten und ich bin sogar beim Videocamp angesprochen worden ob ich das nicht nochmal machen würde und das werde ich glaube ich tun vielleicht auch regelmäßig vielleicht jetzt nicht so im Spielbereich unbedingt sondern ich kann mir vorstellen jetzt zum Beispiel das Barcamp Tool dann live weiterentwickeln vielleicht auch noch ein bisschen Feedback ja kriege was man besser machen könnte oder nicht also Sachen wären ja denkbar das werde ich dann auch irgendwie unter ComLaunch verorten wahrscheinlich mache ich noch einen YouTube Channel auch für ComLaunch weil ich auch ein Tutorials und ähnliches vielleicht auch nochmal gedacht habe dass ich sowas ja mal wieder machen könnte wenn das alles aufgesetzt ist ist das auch alles gar kein Problem muss halt ein bisschen vorbereiten nur ist ja immer das Problem so alles drum rum bis dann alles hochgeladen ist bis alles läuft und so weiter das sind so eher die Sachen die langwierig sind die nervig sind und aus die dann halt die Gründe sind warum man das nachher nicht mehr macht das versuche ich wie gesagt etwas zu verbessern okay aber jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und sage bis nächste Woche hoffe ich mal und ja bye bye